moin leute und willkommen zum nächsten video heute habe ich mal eine geile strategie für euch mitgebracht und zwar im 1 minuten chart vielleicht ist ja was für euch schaut sie euch einfach mal an und zwar was für indikatoren brauchen wir wir brauchen einmal den alligator ich glaube den habt ihr bei meinen pocket option videos schon mal gesehen das heißt den williams alligator und da brauchen natürlich unsere killzones wer hätte es gedacht mein standard indikator wenn es um die zonen geht beziehungsweise die uhrzeiten und ganz zum schluss brauchen wir natürlich noch den rsi hier einfach den obersten das heißt wenn wir die drei stück eingeladen haben das könnt ihr auch mit dem ganz normalen kostenlosen tradingview account machen dann sieht das ganze bei euch ungefähr so aus wir können hier noch mal in die killzones reingehen ihr müsstet noch mehrere anhaben für mich ich trade in der new york session deswegen habe ich new york session hier angemacht und die anderen könnt ihr so weit rausnehmen es sei denn ihr tradet da woanders dann stil habe ich halt auch ein bisschen angepasst falls ihr es so haben wollt wie bei mir den alligator den haben wir auch ein bisschen angepasst und zwar bei den eingaben ganz wichtig wir sind im time frame von fünf minuten das heißt wir nehmen den alligator vom fünf minuten chart und nicht den vom ein minuten chart wenn ihr hier im hintergrund schaut hier oben links eine minute in dem chart sind wir gerade euro s dollar und da gucken wir uns das ganze jetzt mal an wie funktioniert jetzt die strategie ihr müsst einfach schauen okay der alligator zeigt uns unseren weg an das heißt ist die blaue linie oben dann gehen wir nur für shorts crossen wird das ganze so wie hier unten und die blaue linie ist unten dann gehen wir für long trades also abtrennt so das ist erstmal so die grundregel dazu natürlich der erste der uns gleich helfen wird aber das zeige ich euch am besten dann in beispielen wie wir das ganze jetzt miteinander kombinieren das heißt wir schauen jetzt erstmal okay hier ist der markt geöffnet ab 14 uhr trade ich das heißt ab hier bin ich dann am start dann gucke ich mir das ganze an und wenn ich den bereich hier schon sehen das ist unser bereich in dem wir definitiv nicht haben wollen also gar nicht diesen bereich hier traden wir einfach nicht also wenn das wirklich beim alligator so ist dass der ziemlich nah aneinander ist und dann so mehr lasst es einfach finger weg regel nummer eins finger weg wenn der alligator so aussieht so wo gehen wir denn jetzt unseren trade ein wenn nicht hier vorne direkt und zwar wir müssen jetzt erst mal schauen okay wie entwickelt sich jetzt der markt hier gerade haben wir kein gutes signal das heißt wir warten ab okay wir haben den ersten preis hier verpasst bzw den ersten abtrennt den ersten schön trade haben wir hier verpasst und dann kriegen jetzt aber ein retest auf den alligator das heißt die grüne linie und die rote linie das sind unsere beiden retest linien das heißt die nutzen wir nachdem wir danach eine vernünftige engulfing candle haben zum beispiel oder doppelt doppelter boden oder sonst irgendwas nutzt es wie ihr wollt nutzt es auch gerne mit supply demand wenn ihr sagt okay supply demand und den alligator zusammen funktioniert sehr gut könnt ihr natürlich auch machen probiert euch da ein bisschen aus ich zeige euch das ganze jetzt einfach mal anhand einer engulfing candle so wie in dem beispiel jetzt hier das heißt okay wir gehen hier eine long position natürlich ein wir gucken dann natürlich auch noch mal kurz auf den rsi und zwar es wäre die long position jetzt genau hier das heißt da würden wir eine long position eingehen wenn wir jetzt hier unten mal schauen der rsi ist hier gerade mit dieser candle auch wieder nach oben gegangen ja wir könnten das ganze noch abwarten bis wir dann hier diesen cross beim rsi hat das heißt wir gehen trade gar nicht hier ein sondern wir warten wirklich dass er die gelbe linie auch noch cross das heißt wir haben eine doppelte bestätigung das heißt wir warten ab wir warten ab und dann wäre die bestätigung tatsächlich bei dieser candle hier zack das heißt da wäre jetzt erst unser long trade auf und dann machen wir unser stop loss unter das letzte swing low entweder so oder ihr sagt ihr seid euch nicht ganz sicher ob der preis jetzt nicht direkt wieder zurückkommt das kann natürlich auch noch mal passieren dann nehmt ihr einfach tatsächlich hier eure nächsten linien vom alligator die könnt ihr zum beispiel nehmen oder ihr seid sehr konservativ und sagt alles klar ich gehe nach links und schaue okay nehmen hier mein lower low sozusagen von hier und sagt alles klar mein stop loss pack ich da drunter das könnt ihr machen wie ihr wollt ich bin eher der freund davon die verluste sehr sehr gering zu halten das heißt ich pack mein stop loss hier unten drunter tatsächlich auch hier unter der candle ist ziemlich sniper entry mäßig aber wir sind ja auch im einen minuten chart das heißt das ganze traden wir jetzt von dort aus long und wie weit ihr seht schon das ganze hier wir gehen jetzt hier nach oben zack haben hier ein 2,8 natürlich wissen wir nicht genau wann wir aus dem trade rausgehen also nehmen wir wieder unseren rsi dazu wir schauen im rsi wir hatten hier den cross dann sind wir hier oben bis an die kante gekommen und da sind wir jetzt natürlich im sehr krassen overboard bereich das heißt dort wird es wahrscheinlich demnächst wieder in richtung nach unten gehen im 1 minuten chart passiert das relativ oft deswegen könnten wir sagen okay nach der candle gehen wir dann da oben direkt raus gut wissen wir nicht alles klar gucken wir mal nach links wir hätten da noch mal ein widerstand können wir sagen okay ein 1,8 da nehme ich mit als beispiel so das können wir machen oder wir sagen alles klar wir warten bis die nächste engulfing candle aber eine bärische kommt das heißt das wäre die nächste bärische engulfing candle das heißt da dann hätten wir einen 1,94 so dann müsst ihr schauen wie ihr selber das handeln wollt das heißt ihr müsst einfach profi werden im risk management weil das ist einfach der weg zum erfolg das heißt das hier wäre unser erster trade gewesen ich lasse ihn einfach mal so drin stehen ihr wisst ja jetzt wie ungefähr da der win gewesen wäre das heißt wir gehen dann direkt weiter wie oft traden wir das ganze hier ganz einfach wir machen maximal zwei stück auf dem alligator und dann sollte das für den tag reichen das heißt macht da wirklich nur maximal zwei stück weil umso öfter ihr die retests hier tradet umso geringer ist die chance dass es dann irgendwann noch funktioniert weil denkt daran ist nur der ein minuten chart der geht auch gerne mal wieder in die andere richtung natürlich gucken uns gleich auch noch mal short trades an momentan wäre das hier der erste long das heißt wir haben hier unten direkt den nächsten retest jetzt schauen wir hier unten okay wann haben wir hier wieder den cross das wäre nach der candle gewesen das heißt wir machen dort wieder unsere long position auf es war auch eine engulfing candle also hat den move von den vorderen wieder rausgenommen unser stop loss packen wir hier unten wieder unter das letzte swing low das heißt in dem fall haben wir hier fünf pips stop loss gehabt hier haben sieben pips stop loss ihr müsst natürlich mit auch noch eurer lot size das so anpassen dass ihr dann jeweils gleich viel verlieren würdet bei dem großen move oder bei dem kleinen move je nachdem und dann lassen wir das ganze wieder laufen gut in dem fall kann ich direkt nach hier oben ziehen und man denkt sich so ja geil direkt vierer hier ja den werdet ihr wahrscheinlich nicht erwischen aber wir gucken uns das ganze jetzt hier mal im rsi an das heißt der das ganze ging hier los nach oben erstmal schön im profit dann kam hier noch mal ein kleiner retest wenn ihr mal schaut hier kam noch mal ein retest nach unten und noch mal der engulfing candle das heißt da war quasi noch ein signal da hätte man auch sagen können okay nach dem retest hier unten auf dem rsi band und engulfing candle mache ich noch ein trade dazu auf kann man auch man kann auch seine positiven trades mit nach oben ziehen dann haut man den ersten trade stop loss auf null den zweiten trade eröffnet man dann genau dort zum beispiel aber das ist alles risk management das müsst ihr selber ein bisschen üben das kommt mit der zeit wie man das ganze dann handelt das heißt hier werden wir jetzt wahrscheinlich hier oben sagen okay wir gehen mit engulfing candles raus und so wäre unser trade jetzt dort zu ende gewesen das heißt wir wären da rausgegangen bei der candle hier weil das eine bärische engulfing ist das heißt es wäre hier ein risk reward von 3,08 also ein sehr sehr gutes risikomanagement was wir hier dann betrieben haben das heißt da wir mit wären wir jetzt tatsächlich auch schon durch das ist hier auch kein zufall dass das ganze jetzt nur zweimal geklappt hat und beim dritten mal jetzt nicht das ist einfach so dass der preis halt hoch und runter hoch und runter geht das ist völlig normal deswegen maximal drei würde ich sagen also 1 bis 3 wenn ihr ein richtig gut wenn ihr so ein 3 1 er schafft würde ich tatsächlich auch sagen für den tag reicht schon ihr braucht ja jetzt auch nicht hier ein vermögen machen ihr braucht auch nicht die mega moves aber wir in 3 zu 1 bekommt mega geil so wenn wir jetzt natürlich hier weiter nach rechts schauen seht ihr schon der preis kam hier nach unten hat die blaue linie retestet bzw überhaupt berührt sobald er die blaue berührt hat sind wir raus dann traden wir auch nicht mehr weil dann war dieser cross hier das war wirklich das signal für den long trade und das ist schon ein sehr gutes signal dafür dass der preis demnächst irgendwann richtung short wieder geht weil er testet hier tatsächlich jetzt schon das band hier an und dann ist die chance sehr hoch dass es irgendwann runter geht und ihr seht ihr recht schon es ging auf jeden fall nach unten so ist das manchmal wir haben hier den cross von allen drei linien also das ist wirklich unser bereich hier wo wir sagen yes das wollen wir sehen und die bands sind weit auseinander also das ist wirklich wieder unser bereich den wir treten wollen das heißt so sieht das ganze hier aus und jetzt schaut euch das mal an hier haben wir wieder ein retest gehabt auf dem kompletten band hier das heißt da war ein retest wenn ich jetzt hier auf die kennels guckt ist auf jeden fall sehr sehr viel volumen hier drin das heißt man könnte gut sagen okay nach der candle hier auch wenn es jetzt keine engulfigen candle ist aber es ist eine candle nach unten der rsi der ist auch hier schwer am kämpfen überhalb des mittel bands zu bleiben das heißt der der trade hier ist sehr risikoreich vor allen dingen nachdem wir zwei wins schon gemacht haben würde ich den gar nicht erst eingehen aber ihr könnt natürlich sagen okay das ding gehe ich trotzdem ein und ich sage jo macht mein risiko relativ gering packt mein stop loss über die candle und sagt jo das ding lasse ich laufen dann guckt ihr euch das an hier erst einmal nach unten wieder nach oben dann würde ich tatsächlich sagen nee gehe lieber wieder also da hätte ich mein trade wieder geschlossen also ich hätte den trade gar nicht weiter laufen lassen dass der hier so super funktioniert 2,3 ist ein richtig gutes risikoverhältnis aber das war tatsächlich dann hier ein double top aber wenn ihr euch das ganze mal anguckt hier war enormer sell druck war alles super und dann plötzlich gegen der preis wieder zurück und das ist für mich immer ein zeichen dass der preis hier noch nicht so genau weiß wo er hin möchte und deswegen würde ich da dann sagen okay lass lieber raus aus dem trade ich habe an dem tag schon zwei gewonnen also den trade hätte ich gar nicht so lange laufen lassen vielleicht hätte ich ihn sogar schon direkt hier unten beim 2 zu 1 hier vielleicht hätte man die candle dann genommen hätte gesagt jo das ding nehme ich raus aber das weiß man halt im vornherein nicht du hättest natürlich auch sagen können okay so krasse engulfing candles hier also so viel volumen nach unten das rauscht jetzt richtig nach unten und ich werde reich so ja und das ist nun mal nicht unser unsere candle wo wir eigentlich rausgehen würden wie wir vorhin gesagt haben wir wollten bei engulfing candles die in die andere richtung gehen rausgehen das wäre tatsächlich jetzt in meinen augen eine sehr ein sehr guter indikator dafür dass das hier vielleicht doch wieder nach oben geht ein bisschen schwierig zu sagen bei dem trade deswegen den trade hätte ich tatsächlich nicht genommen ich hätte dann eher wieder richtung long geguckt und schaut mal hier es ist überhaupt nicht mehr gekostet das heißt hier blaue linie berührt wissen komplett raus wir machen da gar nichts mehr wir warten wirklich auf diese perfekten retests so das heißt hier sind wir jetzt wieder rausgegangen über richtung short das heißt der preis ist hier tatsächlich um die blaue linie schön drum herum getänzelt und danach hat er sich wieder entschieden okay es ist doch ein short day kann ja sein hier seht ihr so einen clean bereich also so einen sauberen bereich wo die candles einfach entspannt nach oben gegen also richtig clean nach oben und so ging das ganze dann auch hier nach unten um die hier die ganzen orders aufzufüllen das heißt hier muss man ein bisschen vorsichtig sein das kann auch sein dass es von hier noch mal alles auffüllt und dann wieder long geht das heißt hier hätte ich jetzt auch keine short position eingehen können aber wenn wir jetzt mal wirklich nur nach unserer strategie gehen und wir sagen wir wollen noch mehr am tag traden dann nehmen wir natürlich immer den retest wir haben hier wieder ein break komplett durch alles ist immer noch richtung nach unten ausgerichtet ihr seht die linien gehen auch nach unten das heißt es geben sieht auch sehr nach short aus das heißt wir könnten natürlich sagen okay wir hauen hier in short trade auf nach der kennel wir können auch sagen okay wir warten lieber noch eine kennel ab dann sieht die kennel so aus stop loss oben drüber und dann lasst ihr das ganze ding wieder laufen soll wenn wir jetzt hier im rsi gucken hier unten hatten wir den cross sind dort in den trade reingegangen haben das ding laufen lassen und ja wie lange lief der wenn wir hier unten schauen bis zu unserem oversold bereich wäre es tatsächlich ein heftiger 4 zu 1 trade gewesen so um den dreh wir wären dann ungefähr da raus gegangen also 3,88 das wäre so unser bereich gewesen wo wir den ganzen trade laufen lassen das heißt ihr seht schon es ist eine sehr sehr gute strategie und sie ist einfach sehr sehr simpel und alleine dass ihr den alligator aus dem 5 minuten chart habt wisst ihr quasi overall es ist ein kleinerer scalping bereich aber ihr wisst okay im 5 minuten chart ist das ganze auch gerade richtung short das heißt ihr braucht nicht immer großartig die die timeframes switchen und so weiter ihr könnt das auch ausprobieren nehmt den auch gerne vom 15 minuten chart und guckt euch das da an könnt ihr natürlich auch machen da gibt es massig möglichkeiten aber ihr seht schon wie das ganze funktioniert so das heißt wir warten dann natürlich wieder auf den cross hier war wieder ein cross dann warten wir auf den retest das ganze sieht hier sehr nach einem seitwärts konsolidierungs bereich an also den retest hier das ist mit zu zu unsicher alles ich möchte so ein retest hier haben klarer move klarer retest und weiter geht die fahrt und das hier ist mir einfach zu wenig das war dann einmal kurzen test und dann ja long trade hätte funktioniert aber ich hätte dann eher lieber den hier genommen dass ich gesagt hätte okay hier war der preis ziemlich weit weg dann kam er wieder runter quasi ein bisschen momentum und dass er hier aufbaut mit der engulfing candle hier wäre ich dann in den trade reingegangen und ihr hättet das ganze hier auch treten können das heißt echt easy trades die hier machen könnt und denkt immer an die regel wenn die blaue linie gekostet wird finger weg dann lassen wir erstmal die finger weg und gucken uns erstmal den chart wieder in ruhe an und warten wieder auf unser perfektes signal das sind eigentlich so die regeln die ihr befolgen müsst schaut euch dazu einfach den rsi an vielleicht findet ihr auch noch Divergenzen das auch noch dazu falls ihr jetzt gar keine ahnung habt was sind Divergenzen habe ich auch ein Video zugemacht könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal anschauen falls ihr euch noch gar kein Account gemacht habt ihr wisst gar nicht wie anfangen wollt zu traden ich habe diverse Anfänger Videos gemacht aber ihr könnt euch natürlich bei henkotrade gerne einen Account machen der Link ist in der Videobeschreibung lasst gerne ein Abo da ein Like ich hoffe es hat euch gefallen kommentiert das Video und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns dann beim nächsten Video bis dahin ciao ciao